Herzlich willkommen bei den Möbelmachern im Nürnberger Land, die Sie ganz herzlich auf die Heim- und Handwerksmesse nach München einladen wollen mit kostenlosen Eintrittskarten. Vom 29. November bis zum 3. Dezember sind wir beim Planhaus zu Gast, wo Sie sich von uns und Architekten zu allen Fragen der Einrichtung beraten lassen können. In dieser ganz nagelneuen Eichenküche werden wir in unserer Küchen-Shows gemeinsam mit anderen Food-Bloggern Technikum 11.30 Uhr und 16.00 Uhr zeigen, welche Vorteile die individuell gefertigte Massivholzbücher aus dem Holz der Fokal bietet. Wie zum Beispiel die unbegrenzte Lebensdauer und die Möglichkeit, Glastronden einfach austauschen zu können, wenn die nach neuem Design ist. Wir verraten auch gerne, welche Geräte unsere Kunden lieben. Bei den meisten ist ein Druckdampfgabe und ein Tepanjaki eingebaut, einige wollen auch auf den Induktionshoch nicht verzichten und langsam würgert sich der Einbauvakuumierer und der Thermalisierer zum Souridgarn ein. Perfektionisten haben sogar einen Schockfruster. Aber wir kochen auch feine Dinge, die Sie an unserer festlich gedeckten Nussbauchtafel genießen können. Die Plätzle können Sie sich schon im Vorfeld reservieren und um Ihre kostenlosen Eintrittskarten kümmern wir uns, wie gesagt, gerne. Danach können Sie sich am Sofa Linea ausstrecken oder den Zuböck mit dem Ancestor Rhapsody von Nöbelkästen. Dazu gibt es dann vielleicht noch ein Getränk aus dem wertvollen Barstrand aus tränkischer Elsbäring. Wie alle unsere Möbel entsteht auch eher in Einzelhandverdienung und wird genau so ausgestattet, wie es für Ihre Nutzung am besten geeignet ist. Wir suchen Sie uns auf der Heim & Handwerke, holen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine Mail. Und wenn Sie sich für unsere aktuellen Ausstellungsflüge interessieren, dann schicken Sie uns auch gleich Ihre Graumaße dazu. Bis bald!